hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal im xlp wieder mal mit medepix und mit dabei der remy akade lanuri der zeichnen darf los remy und ich weiß natürlich nicht was das heißt dann sagst du mir sag dir das was das ist ach du weißt gar nichts ach du kacke oh mein gott ok das könnte man sogar hinkriegen google sagt es doch nicht so schwer aber schon mal schwarz das weiß ich hätte ich auch eher braun machen können aber er ist ein bisschen sinnvoller kommt ein arm anfangen ne ich habe es nicht denn wir jetzt wahrscheinlich bei der englisch kompetenz scheiden ein horn ist das ist das eine ratte nein also eine panzerratte was ist das was easy war doch ganz easy was und was ist das jetzt ein faultier ach so freu mir mal ein blaues faultier ne ja braun war halt schon weg ne braun war schon der erst ein blaues faultier warum dann schon wieder ein esser am anfangen da kommt er nie drauf was der pinkelt aus dem auge oder der hens pinkelt erst recht aus dem auge wie heißt der wenn man kotzt englisch ne das heißt puke normalerweise oder nicht keine ahnung ganz ehrlich das ist schraube na gut schreien könnte vielleicht auch aber na gut jetzt aber nicht damit verbunden ich auch nicht ho ho meinen jetzt haben wir wieder ein ihr könnt auch mal was ändern wie er sein als menschen er blutet zu glück ich war doch erst da aber du hast ja auch vor mich sagen ob der blut ist unaufällig bin hier eine 0306 1003 was was achso mit zahlen hast du zum bisschen oder mathe konnte ich auch das einzige war vor mir einsetzen so ein bisschen mein ding war konnte irgendwie nie einer bei uns ne bei mir nicht aber das war auch schon so von anfang an haben sie direkt gesagt nö kein bock drauf und dann ist klar dass du das nicht schaffst bis der 10. gegenwarte noch danach nicht mehr was macht er denn da ein faultier popel ich weiß leider nicht wie popel heißt ich auch nicht machte das igor igor verdammt verdammt ich wusste es mal es gibt da so ein lied achja ja kenn ich nicht buger ach verdammt das habe ich noch nie gehört doch ich ich wusste es eigentlich aber ich bin absolut nie auf das wort gekommen ich habe pube oder sowas geschrieben booger war es genau ja das ist englisch für popel du warst sogar der mit dem igor ja natürlich ich habe vorhin noch gesagt igor kommt jetzt auf facebook oh verdammt jetzt musst du nicht schnell sein tatsächlich tatsächlich easy der kommt aber auch sehr aus dem knick da ne wir schon nirgends fertig haben geh ich hätte mal ein f-band zu machen nein vor allem darauf kommt er auch nicht früher ne erst mal mal das akku rein aus oh dieses f oh da ist mein s noch besser gewesen vorhin dein z meinst du nein mein s dein z für skype mach dich jetzt nicht lustig doch mach ich du bist jetzt noch auf facebook du bist jetzt noch auf facebook ist das engl ein haarumbrella mit einem s ich glaube die sind dann englisch ich glaube die sind dann englisch ja oder wie im fernseher oh mein gott ist aber ein richtiger scheißfernseher ich freue mich wie früh die da drauf gekommen sind ich habe da auch echt voll spät gescheckt aber die antennen nachher haben es so ein bisschen ausgemacht ich habe nur ein leberwesen bedürft ich habe die ganze zeit gedacht wir irgendwie ein schrank oder so aha ähm genau was zeigen wo hier jetzt läuft es damit erkennt man doch das hat selbst genauso gezeichnet übrigens müsste das aids anfall sein da passt irgendwie zu wie das wort ja ne der disco hätte ich viel anders gezeichnet achso ok wie fangen wir an wir fangen jetzt mal so an ach der mal die mal halt das ist eigentlich nicht mehr am liebsten ich habe hier auch verarbeitet ok sieht scheiß aus mhm 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 ja 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 ist okay ist ein Album der kennt man doch oder war der 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 so schlecht nö oh das war das easy also wenn man weist alles klar buck ich kann das nicht ich kenne das nicht in vier buchstaben liebe hart ich habe die ganze zeit an lauf gedacht ist aber ich habe nicht ich habe ja ja gerade wieder anstrengend auf dem ersten platz gott du bist du erster ich bin jetzt aber der kaputt als erstes erraten der ende blutströme oder hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf dieser mxrp wir müssen jetzt mal ein wort erraten weil ich mein grund von aufnahmeproblem eventuell nicht schnell genug stört mich gerade ein bisschen jetzt könnte das jetzt wieder aufnahme wieder schuld so willkommen wir spielen minecraft und ich habe gerade eine aufnahme verkackt in deck gewonnen habe war 21 punkte mit dem perfekten alligator abgeschlossen und meine aufnahme am arsch ich habe so war von 21 punkte 2018 scheiße hier die wahl im weg gleich die ganze lust habe igor was sie sie auch gott darauf kommt man doch hallo schwarz und darauf geil weiß ist auch klar ist der zucker ja gut dass ich weiß was das heißt mein gott wie soll man das zeichnen in minecraft kommt mir jetzt bekannt vor aber das geht darauf kommt man nicht das geht mir punkte los darauf kommt man nicht vor allem darauf kommt kein mensch wenn darauf jemand kommt dann rast ich ja was anderes kann ich nicht mit leute jetzt macht doch mal hier ja ok helga fast erraten was heißt das jetzt direkt übersetzt handtuch würde ich jetzt mal so sagen nee das ist ja ich weiß man kennt doch auch hier taulie sandtuch laken irgend so was der letzte super rakete oder oder rakete oder rakete ne passt nicht ein schiff das zum teufel also ganz ehrlich wo ist der tempel schön speedboot und speedboot ist kein für mich das ist ja mann mit zeichnen dann hier das alle nicht am gut ja warte nu weiß oder schwarz tag nacht day night change day night was ist da denn in die fresse schlagen prügeln festhalten steinfeld auf dem arm oder was anspucken das ist ein pfeil ein pfeil auf das was dazwischen ist ich hätte jetzt ans wort gedacht anspucken oder was ne ja ich weiß nicht was geht ja von deiner hand aus nein 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 ach quatsch action mit hinten an t uppercut oh ja tut mir leid ich hab der t nicht gesehen ich hab nur irgendwo zwischendrin sowas gesehen du hast gar nichts gesehen natürlich habe ich nichts gesehen weil du vormitt standst was was willst du ich krieg ne uppercut alter äh das ist natürlich wie eine pizzerra facebook remy ja hast du auch grad ne verbindung in den fehler oder so ja ok bin rausgeflogen sehr gut nice dann äh würde ich sagen schneide ich das eventuell irgendwann mal vor oder so ne wir sehen uns dann gleich eventuell immer wieder jo